Wir haben einen Song, den haben wir bis jetzt immer, wenn wir auf Veranstaltung gewesen waren, als Dank an die Organisationen gesungen. Wir können mal einen schönen Applaus geben für das Team von Radio Borken, gib mal einen schönen Applaus. Auch für die Techniker, die einen harten Job machen, die sind schon vor einigen halben Jahren nach Samerhausen gezogen. Sie wohnen alle zusammen in Betreuten wohnen. Das ist ein Komi-Big Brother mit Rüder, in der Light-Variante. Und dann haben sie diese Bühne hier reingebaut. Ihr könnt das gar nicht sehen, wie schwierig das ist, wegen der Vegetation. Und wenn ihr euch das anguckt, dann denkt ihr, Mensch, das kann doch nicht Zufall sein, dass die genau hier reinpasst. Und ihr habt natürlich recht, die Tolifa hat diese Bühne bereits vor über 80 Jahren hier hingestellt und dann die Flora und Fauna da rum entwickeln lassen. Das ist der Trick und das macht diese Veranstaltung auch so wertig und teuer. Und wir möchten uns an dieser Stelle für dieses großartige Anders Schmarr bedanken, denn Generationen von Technikern, der Tolifa, zumindest die letzten drei Generationen, haben diesem Projekt ihr Leben gewidmet. Zum Dank der nächsten Saison. What a wonderful work. Atme 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 Atlantis Musik 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 Applaus 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 Ich habe das Sinn gemacht. Ich trenne immer noch Universen von der Musikalität und Kuhl in der Spannulli-Armstauung. Aber ich kann an diesem Tag wenigstens sagen, ich habe einmal so geschwitzt wie er. Das ist ja zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Die Frage ist, habt ihr noch ein bisschen Lust auf Musik?